Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei den ganzen Videos. Ich bin zurück aus dem Urlaub und deswegen geht es direkt auch wieder los und zwar mit einem neuen Video, auf was viele von euch schon gewartet haben. Und zwar setzen mittlerweile sehr viele von euch IO-Broker in Kombination mit FEM ein und eventuell auch Node-RED noch dazu. Wie ich das alles verknüpft habe über MQTT, habe ich ja hier schon mehrfach gezeigt. In diesem Video möchte ich einfach mal jetzt ohne MQTT FEM und IO-Broker miteinander verbinden. Und wie das geht, sehen wir jetzt hier. Ich habe nämlich jetzt hier zwei verschiedene Installationen. Einmal eine komplett leere FEM-Installation. Da hatte ich schon gezeigt, wie man diese Xiaomi Bluetooth Low Energy Sensoren für die Pflanzen einbindet. Und im IO-Broker habe ich das auch gezeigt. Hier ist also momentan nicht so viel los. Ich habe hier ein paar Updates zu tun, die mache ich gleich noch eben. Und dann verknüpfen wir eben hier IO-Broker und FEM miteinander. Damit die Kommunikation funktioniert, muss in FEM der Telnet-Port angelegt sein. Dieser wird in jeder Basisinstallation schon mitgeliefert, es sei denn, man hat ihn eben gelöscht. Und der heißt jetzt hier im Standard Telnet-Port. Ich kann hier gerade mal in die RAW Definition gehen. Und den würde man anlegen mit Define und dann hier Telnet-Port, also wie auch immer man den nennen möchte. Der ist vom Typ Telnet, öffnet den Port 7072 und hier hinten steht dann noch Global. Global bedeutet, dass man von allen Geräten eben auf diesen Telnet-Port zugreifen darf und nicht nur von Localhost. Das heißt, wenn FEM und IO-Broker auf verschiedenen Systemen bei euch laufen, muss auf jeden Fall hier Global hinterstehen. Ansonsten lehnt FEM dann eben die Verbindung über Telnet hier auf diesem Port ab. Wenn man jetzt hier in der Übersicht der Adapter von IO-Broker einmal nach FEM sucht, findet man hier den FEM Connection for IO-Broker Adapter. Und den fügen wir natürlich hier hinten auch einmal hinzu. Bei mir ist der aktuelle Version 0.4.2 und die ist auch hier Beta aktuell noch die Version. Aber sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren. So, und wenn wir jetzt hier eine neue Instanz hinzufügen, werden wir direkt gefragt, wie denn der Server heißt, für den wir den hinzufügen wollen und welche Instanznummer und so weiter. Das ist auch neu hier, glaube ich, dieser Dialog. Habe ich bisher zumindest noch nicht gesehen. Ich sage jetzt hier einfach mal hinzufügen. Also wenn man auf mehreren Servern hier IO-Broker aufteilt, was ich auch noch zeigen werde, dann kann man hier auswählen, auf welchem Server das eben installiert werden soll. Ja, und ich sage jetzt hier hinzufügen. Die Instanznummer fängt eigentlich immer bei 0 an. Jetzt kann man die eben auch theoretisch aussuchen, wenn man das möchte. Ich weiß nicht, was für einen Vorteil man davon hat, wenn man sich die hier wünschen kann. Ansonsten zählt die natürlich einfach hoch. So, wir klicken hinzufügen und jetzt warten wir natürlich wie immer einen kleinen Moment, bis hier die Instanz fertig installiert wird und dann können wir das Ganze auch konfigurieren. So, das sind also dann hier die Adapter-Einstellungen, die sich direkt öffnen, wenn der Adapter installiert wurde, wie immer. Und hier können wir jetzt einmal die IP angeben. Das ist natürlich hier nicht Localhost, sondern hier eine andere bei mir in dem Fall, natürlich ohne HTTP und so weiter. Das heißt, nur die IP-Adresse eintragen. Den Port können wir hier auch eintragen, weil es könnte natürlich sein, dass wir hier einen anderen gewählt haben. Also 70, 72 ist in Femme der Default für den Telnet-Port. Natürlich können wir uns hier auch einen aussuchen. Also es könnte auch irgendwie 13.482 oder so sein. Da müssen wir den eben hier nur hinterlegen. Dann haben wir hier noch ein Kennwort. Da habe ich gerade keins hinterlegt. Ansonsten müsste man das hier natürlich auch vergeben. Und dann haben wir hier noch Prompt. Das zeige ich jetzt mal, was das genau bedeutet. Wir testen jetzt also erstmal die Verbindung generell und bevor wir hier jetzt gleich auf Speichern klicken und dann zeige ich einmal, was die Sachen hier noch bedeuten. So, ich bin jetzt hier ganz normal auf meinem MacBook gerade einmal und wenn ich hier natürlich jetzt schreibe Telnet, dann die IP von unserem Femme-System angebe und dann mit Leerzeichen getrennt den Port dahinter schreibe, also 70, 72, dann drücke ich Enter und dann bekomme ich eben hier Raspberry Pi Femme. Und dann sagt er mir, was der Escape-Character ist und so weiter. Wenn ich jetzt nochmal Enter drücke, dann bekomme ich eben hier diesen Dialog. Und das ist jetzt quasi die normale Eingabemaske, wo man in Femme auch oben direkt was reinschreiben könnte. Das heißt, das ist quasi dieses Befehlsfenster hier. Das heißt, ich kann auch hier jetzt theoretisch direkt über Telnet dort Befehle an Femme absetzen. Und das heißt, ich könnte jetzt hier einen Define hinschreiben oder sonst irgendwas und so könnte man Femme theoretisch ganz ohne Femme-Web betreiben, sondern nur hier über so eine Eingabemaske dann im Endeffekt. Und dieses Prompt hier vorne ist auch schon genau das, was wir eben in der IO-Broker-Konfiguration gesehen haben und zwar ist das dieser Teil hier. Und das wird dann im Ende quasi immer abgeschnitten, sodass wir dann nur die Befehle sehen oder die Events erhalten, die wir auch brauchen. Weil wir können jetzt hier theoretisch auch in der Telnet-Verbindung in Form on schreiben und ab dann würden wir auch hier die Events bekommen, die in Femme generiert werden. Das heißt, wenn wir jetzt hier irgendwas sagen, zum Beispiel hier auf dem Telnet-Port, sage ich mal SetReading, Telnet-Port-Test1, dann würde er ja eben ein Reading da drauf schreiben. Und wenn wir uns das jetzt angucken, dann bekomme ich hier eben dieses Event jetzt davor. Das heißt, dies passt dann hier quasi unserer IO-Broker-Installation und wir bekommen dann eben hier diese Werte hier ausgeliefert. Und so funktioniert das Ganze dann. Das heißt, dieser Teil hier ist jetzt nur zum Zeigen, dass einmal der Port hier funktioniert und so weiter. Das heißt, wenn wir ein Passwort vergeben, müsste man das auch noch hinterlegen. Aber das zeige ich jetzt gleich einmal als nächstes. So funktioniert hier die Verbindung auf jeden Fall zu Femme schon mal ohne Passwort. Das heißt, diese Konfiguration hier könnten wir jetzt einfach abschließen. Ich drücke jetzt Speichern und Schließen und dann müsste das Ganze hier jetzt auf grün wechseln. Das heißt, das Ganze ist verbunden hier mit Femme, steht hier unten auch. Und ja, das ist also der einfachste Fall quasi ohne Passwort, ohne alles. Einfach über Telnet, über den Standard-Port und so weiter mit Femme verbunden. So, und wenn wir jetzt hier in die Objekte gehen, dann hier Femme 0 aufmachen oder was auch immer für eine Instanznummer gewählt wurde, dann haben wir hier alle Geräte, die es in Femme jetzt gerade gibt. Das sind in meiner Testinstanz hier natürlich sehr, sehr wenige. Aber ich habe hier meine Smart Blume zum Beispiel. Und dann habe ich hier alle möglichen Readings aus Femme. Dann eben auch hier mit in den Objekten und kann darauf zugreifen. Das heißt, jetzt ist das Ding quasi doppelt im IO-Broker integriert. Einmal über Bluetooth Low Energy hier oben, hier über Flower Care und dann hier unten auch nochmal über Femme dann und über IO-Broker dann wieder zurück. Und so bekomme ich dann alle Readings hier, bekomme natürlich auch die Updates für diese Werte und so weiter. Das heißt, ich kann dann natürlich hiermit dann auch irgendwie arbeiten, dann wieder darauf zugreifen und so weiter. Natürlich rate ich immer dazu, alle Ports, die irgendwie ein System öffnet, irgendwie abzusichern. Das heißt, der Telnet-Port muss natürlich, wie wir gesehen haben, genauso abgesichert werden. Das heißt, wenn man nur die Webinstanz absichert, hat man davon gar nicht so viel, weil natürlich kann man dann hintenrum noch über den Telnet-Port alles andere in Femme dann natürlich auch verändern, schalten und so weiter. Ja, deswegen als erste Möglichkeit gibt es hier das Attribut Passwort auf dem Telnet-Port. Wenn wir das hier zum Beispiel auf Test setzen, dann sagt er mir hier, hey, das ist gar nicht mehr so gedacht. Das heißt, wir sollen irgendwie ein Gerät erstellen, welches das Ganze kann. Das heißt, die direkten Attribute sollen eigentlich auf den Geräten gar nicht mehr verwendet werden, genauso bei Femme Web und so weiter. Das heißt, wir erstellen jetzt hier ein Gerät, das heißt, Load Telnet-Port. Da klicke ich jetzt einfach mal drauf, dann legt er uns das an. Das heißt, das läuft dann so, dass er sagt einfach hier Allowed-Telnet-Port. Das ist vom Typ Allowed und dann sagt er hier, für was das gültig ist und so weiter. Das heißt, wir können hier oben dann auch zusammen klicken, für welche Werte das Ganze hier quasi gilt. Ich kann dann hier auch den Telnet-Port weghaken oder ich nehme das direkt für die Web-Oberfläche noch mit. Das heißt, hier in dieser Liste werden alle Telnet-Ports und alle Web-Devices aufgeführt, die man mit diesem Allowed-Device jetzt schützen kann, weil natürlich kann ich für Web-Oberflächen und auch für den Telnet-Port unterschiedliche Benutzerdaten verwenden oder auch für alle Web-Oberflächen das Gleiche und für alle Telnet-Ports dann anderes, aber auch das Gleiche für alle Telnet-Ports, weil natürlich kann man auch mehrere Ports öffnen und so weiter. Mit diesen Allowed-Devices regelt man dann natürlich auch, was man dann darf. Hier jeweils Allowed-Commons und Allowed-Devices. Das heißt, man könnte dann, wenn zum Beispiel I.O.-Broker nur auf bestimmte Geräte Zugriff haben sollen, den eigenen Telnet-Port für I.O.-Broker öffnen und dann hier über Load-Devices das Ganze einschränken. Wir setzen das Ganze hier aber nur für das Gerät Telnet-Port an dieser Stelle. Hier unten steht dann das Passwort, das heißt, hier gibt es dann wieder das Attribut Passwort. In meinem Fall ist das jetzt Test. Das wurde also gerade von meinem Versuch, das direkt über den Telnet-Port zu setzen, übernommen. Da muss man eben nicht so viel schreiben. Ja, und an dieser Stelle haben wir jetzt eigentlich alle schon. Ich sage hier einmal Save Config und jetzt sollte unser Telnet-Port mit einem Passwort geschützt sein. Wenn wir uns die Hilfe hier von dem Allowed-Device nochmal anschauen, also hier einfach auf die Device-Specific-Help klicken, dann haben wir hier unten noch Beschreibungen zu den jeweiligen Attributen. Und wir vergeben jetzt hier das Passwort, dann brauchen wir das eben immer. Aber es gibt auch noch ein Global-Passwort. Das ist vielleicht auch nicht schlecht, weil dann braucht man hier das Attribut oder das Passwort nur, wenn man nicht lokale Verbindungen öffnet. Wie in unserem Fall natürlich jetzt von dem I.O.-Broker. Aber wenn wir über Localhost auf demselben System, wenn wir PSSH eingeloggt sind oder so, dann eine Verbindung aufbauen auf dem Port, brauchen wir das Passwort eben nicht. Das heißt, Global-Passwort klingt hier so ein bisschen so, als wäre das ein globales Passwort für alles. Aber das bedeutet nur, dass das für die globalen Ports quasi ein Passwort ist, wenn wir von extern kommen. Wir haben ja eben gesehen, wenn wir den Port definieren, können wir am Ende Global dahinter schreiben. Und das ist das Wort, was hierhin quasi übertragen wurde. Das heißt, Global-Passwort bedeutet hier an der Stelle, dass externe Verbindungen nur nach einem Passwort gefragt werden, interne Verbindungen aber nicht. Da muss man sich einfach überlegen, wann man das möchte. Es ist natürlich ratsam, das generell immer mit einem Passwort zu sichern. Deswegen würde ich eher diesen Weg hier gehen. Wir können auch über das Basic-OS-Attribut gehen, dann wird aber kein User benötigt an der Stelle. Ich mache es eh immer so, dass ich das trenne. Für die Web-Devices ein einziges Allowed-Device und für die Passwort-Devices, auf den Web-Devices setze ich dann hier diese Attribute und auf den Telnet-Allowed-Devices setze ich dann dieses Attribut. Testen wir mal, ob das Ganze auch greift. Ich verbinde mich genauso wie eben hier einmal per Telnet. Dann fragt er mich nach einem Passwort. Wenn ich da jetzt Quatsch eingebe, dann wird eben die Verbindung sofort wieder von FEM geschlossen. Wenn ich da jetzt aber Test eingebe, dann klappt das Ganze und ich bin hier wieder auf dem System drauf. Und genau das müssen wir natürlich jetzt in den I.O. Broker übertragen. Wenn ich nämlich hier im I.O. Broker die Instanz einmal neu starte von FEM, dann dürfte hier die Verbindung eigentlich nicht mehr klappen. Das heißt, wir haben ja hier noch kein Passwort hinterlegt. So, die Sachen sind nämlich jetzt alle grün hier, verbunden mit Host, Lebenszeichen. Aber verbunden mit FEM klappt eben nicht, weil das Passwort natürlich nicht hinterlegt ist. Also gehen wir wieder in diese Einstellung hier. Hier gebe ich jetzt Test ein, dort auch. Dann sage ich Speichern und Schließen. Und dann sollte der Adapter hier ohne Probleme wieder starten und wieder auf grün wechseln. Das tut er jetzt auch. Und so wäre jetzt hier die ideale Konfiguration mit einem Load-Device in FEM. Und dann hier eben das Passwort hinterlegen. Ja, viele denken jetzt vielleicht, toll Matthias, danke für die schöne Erklärung. Warum soll ich das überhaupt machen? Warum brauche ich FEM überhaupt noch, wenn ich I.O. Broker einsetze? Und an der Stelle ist es so, dass FEM viel besser meiner Meinung nach mit Interfaces arbeitet. Das heißt, wenn ich da zum Beispiel einen Kull drinstecken habe, der meine Homematic-Geräte steuert und ich eben keine CCU habe, also das ist in meinem Fall zum Beispiel so, dann kann ich jetzt im I.O. Broker die Thermostate auch dann entsprechend auslesen und so weiter und die bedienen. Aber kann die eben auch auf einem anderen Wege nicht direkt im I.O. Broker integrieren. Das heißt, FEM ist dann für mich nur eine weitere Anlaufstelle, um die Geräte zu integrieren. Da muss man natürlich jetzt aufpassen, dass man nicht so viel miteinander vermischt. Wenn man diesen Weg so geht, würde ich raten, dass man in FEM nur die Geräte anlegt, aber keine Logik hinterlegt und die Logik dann komplett in den I.O. Broker überträgt. Weil ansonsten könnte man natürlich mit Do-If im FEM irgendwas tun, aber dann hier auch mit Blockly-Skripten und so im I.O. Broker. Und dann weiß man irgendwann nicht mehr, was wo liegt. Das heißt, ich würde mir ein zentrales System aussuchen. In dieser Kombination wäre es dann für mich der I.O. Broker. Und dann würde ich eben nur FEM dafür benutzen, um eben Events zu bekommen und damit irgendwas zu tun. Genauso, um dann Befehle zu senden. Jetzt nochmal der Weg zurück. Natürlich könnten wir auch Werte verändern. Ich habe hier gerade noch einmal Blockly installiert. Das hatte ich in einem anderen Video schon mal gezeigt, hatte ich aber auf meiner Installation hier noch nicht nachgezogen. Das heißt, ich habe jetzt hier noch JavaScript 0 als Adapter, gehe dann hier in meine Skripte, dass ich der dann hinzubekomme, klicke hier auf Common, lege ein neues Skript an mit Blockly. Dann würde ich hier unter System zum Beispiel irgendwas ändern. Hier schreibe Objekt-ID auf irgendwas. Dann nehmen wir hier mal die irgendeine Objekt-ID. Und bei der Auswahl der Objekt-ID von FEM-Objekten muss man jetzt hier darauf achten, dass das Ganze Common sind. Das heißt, zum Beispiel bei den Allow-Telnet-Ports haben wir jetzt hier hinten die Rolle Common. Und nur die können wir auch setzen. Das heißt, wenn wir hier Readings setzen, habe ich ausprobiert, werden diese irgendwie nicht zurückgeschrieben in FEM. Also über diesen Weg kann man irgendwie keine Readings verändern. Eventuell habe ich auch was falsch gemacht. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie man hier direkt Readings verändern kann. Ich habe das Attribut auch auf Schreiben gestellt und so weiter hier. Hat nicht funktioniert. Aber das hier sind auf jeden Fall jetzt Comments. Das heißt, ich könnte hier das Passwort verändern lassen jetzt in dem Fall. Oder sonst was. Das wäre natürlich eine Art Selbstmord, weil dann dürfte ich eben nicht mehr darauf zugreifen danach. Genauso könnte ich auf dem Web-Device irgendwas machen. Hier mit Read-Icons, keine Ahnung, was auch immer. Hier hätten wir den Reset-Battery-Timestamp auf irgendeinem Device. Und so kann ich dann eben hier alle möglichen Sachen dann eben setzen. Ja, ich habe gerade hier in FEM einmal einen Dummy erstellt. Der kann hier nichts Besonderes. Der kann jetzt hier nur On, Off und Temp. On und Off haben hier kein Argument. Und Temp habe ich mir jetzt gerade einfach ausgedacht. Wenn ich hier jetzt Temp 1, 2, 3 schreibe, dann würde das hier eben entsprechend dann setzen. Hat natürlich keine Auswirkungen oder so. Ich brauchte nur irgendein Beispiel gerade, wo ich ein Set darauf ausführen kann, was wir dann jetzt im Blockly einmal integrieren. Ja, jetzt wähle ich hier natürlich bei meiner Objekt-ID, die geschrieben werden soll, wähle ich dann hier unter FEM. Dann hier MyDummy aus und hier Temp zum Beispiel. Sage dann hier auswählen und würde dann die MyDummyTemp verändern. Die ist ja wie gesagt dann hier auch als Comment dann angelegt, weil ich die eben über Set dann eben auch in FEM ausführen kann. So, und was soll die geschrieben werden? Wir nehmen hier einfach mal Datum und Uhrzeit oder so irgendwas, was, ja, keinen Sinn ergibt gerade, aber wo wir sehen, dass sich das regelmäßig ändert. Das heißt, ich nehme hier gerade mal Stunde, Minute, Sekunde, schreibe das Ganze da einmal drauf. Ja, und wann soll das Ganze geschrieben werden? Dann, wenn irgendwas geändert wurde, sagen wir mal, das heißt, ich nehme mal diesen Teil, snappe das dann hier zwischen. Jetzt bräuchte man nur noch eine Objekt-ID. Dann nehmen wir einfach mal hier, ja gut, wir könnten jetzt auch zeitlich limitieren, aber ich sage einfach mal, wenn sich hier von unserem Flower-Sensor die Helligkeit ändert, das macht die E irgendwie ständig, dann soll das Ganze hier eben geschrieben wurden. Also wir können auch aktualisiert sagen, dann passiert es regelmäßiger und dann müsste das eigentlich gleich klappen. Ich drücke jetzt einmal Speichern, könnte das natürlich umbenennen, noch hier irgendwie in Femm-Test oder so, irgendwas, und sage dann hier einmal Play. Ja, erst Speichern, und dann müsste das Ganze hier gleich schon zurück in Femm geschrieben werden. Und dann müsste man das ja hier im State sehen, das heißt, hier müsste gleich sich jetzt dann entsprechend das Ganze aktualisieren, weil das natürlich über Set dann hier läuft und den State verändert. Ja, und das ist das Ganze auch schon, ich bin jetzt hier gerade wieder in Femm zurückgekommen und schon wurde das Ganze hier quasi rübergeschrieben. Das heißt, jetzt hat er mir hier den State auf Temp 11.44.56 gesetzt, passt also hier und so können wir Sachen auch zurückschreiben. Auf Geräten, die dann auch was tun, macht das natürlich mehr Sinn. Zum Beispiel könnten wir so auf Heizungsthermostaten die gewünschte Temperatur einstellen, auf Rollläden die gewünschte Höhe oder so, also wie weit er hoch und runter fahren soll und all solche Geschichten. Das heißt, alles, was jetzt hier als Set oben ist, taucht im Iobroker dann als Comment auf und das können wir ganz normal hier im Blockly auf diese Art und Weise wieder verwenden und so auch Werte zurück dann eben an Femm schreiben. Jetzt gibt es noch eine Stolperfalle. Wenn man in Femm nämlich hier auf dem Global Device das Attribut Title ändert, zum Beispiel hier auf ASD, also irgendwas anderes als Femm, und sich dann mit Telnet wieder verbindet, dann steht hier vorne nicht mehr Femm, sondern eben das, was in Title steht, nämlich hier ASD in dem Fall. Und das ist genau das, was man dann hier in der Instanz in den Einstellungen hier vorne eintragen müsste. Das heißt, hier müsste ich jetzt ASD hinschreiben und das würde dann auch wieder funktionieren. Das heißt, am besten einmal hier per Telnet verbinden, gucken, was wirklich vorne steht und das dann hier in den Prompt übertragen. Dann ist man wirklich auf der sicheren Seite, dass das hier funktioniert. Also da sind viele in der Vergangenheit darüber gestolpert. Dieses Prompt-Feld wurde auch nachträglich erst eingeführt. In früheren Versionen gab es das nicht, weswegen man dann das Attribut hier Title einfach löschen musste. Kann man natürlich auch, führt oft zu dem gleichen Ergebnis, nämlich dass alles wieder wunderbar funktioniert. Also das nur noch kurz zur Info und damit schließen wir das Video auch ab, würde ich sagen. Ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, dir hat dieses kleine Video geholfen, dabei das Ganze zu verstehen, wie die beiden miteinander reden können und was man da entsprechend machen kann. Ist auf jeden Fall eine ganz gute Brücke, da man so eigentlich alles auch in IO-Broker integrieren kann, wofür es eventuell noch keine Adapter gibt. Weil in FEMM gibt es so gut wie für alles schon bereits Adapter und trotzdem kann man dann IO-Broker quasi nutzen. Das ist natürlich dann der Vorteil an der Stelle und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen an der Stelle. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, abonnier den Kanal, falls du es noch nicht getan haben solltest und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, hoffe ich. Und ich wünsche dir alles Gute bis dahin. Ciao, ciao.